Herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Wir befinden uns immer noch beim Aufbau des schon immerhin halbfertigen Ghostbusters Hauptquartiers. Ein Drittel. Ne, die Hälfte würde ich schon sagen. Wie auch immer, wir sind bei Tüte 8. Es sollen drei Stück sein, ich lass mich überraschen. Es wird ja auch immer weniger, sagen wir mal. Muss ja auch, ne? Nein, es wird immer mehr. Dann guckt ihr den Müll heute mal. Das stimmt. Für mich sehen die Leute schon hier. Müll! Schwarz, Jan! Gut, dass morgen Gelb sagt Müll ist, sag ich nur. Ja, zum Glück. Bei uns ja auch. Bei euch auch, oder? Ne, bei uns. Ne, in der Woche. Und das ist morgen. Ein Schleimer! Ah, da ist der Schleimer. Oh Matt, den holen wir ran. Der ist süß. Sogar mit Würstchen. Warum hat der denn Bockwurst in der Hand? Was hat Schleimer mit Bockwürstchen zu tun? Ich weiß es nicht. Ja! Mein Lieblingsgeist. Ja. Aber offenbar der Lieblingsgeist vieler. Nehme ich mal an. Das ist anzunehmen, ja. Ja. Eine hättliche kleine Kartoffel. Peter beschwert sich ja immer, dass er feuliges Slime wird. Ist immer schön. Er schleimt ja auch. Ja, stimmt. Sieht nicht so viel aus, oder? Ja, das dauert jetzt in eine halbe Stunde. Ja, richtig. Haben wir alles schon mal durch. Das Thema hatten wir schon mal. Ach, ist ja nicht viel. Eine Stunde später. Später ist viel in drei Teile. Ach, das sind drei Zweier. Okay. Ja. Komm, das machen wir mal eben. Mal eben, genau. Speed Build ist das jetzt. Ja, das Speed Build. Das sind zwei Eins in der Flache. Bisher sind noch alle Steine da, wa? Komisch. Woran das liegen könnte. Slime hat noch nichts gefressen. Ja, richtig. Das passt schon. Ja, ich will nur mal sicher gehen. Ich will nur mal sicher gehen, ja. Dass du auch die Welt verstehst. Ich will nur mal eben gucken, ob auch alles Wichtige da ist. Von echt, weil das ja auch mal geht. Nein, das war sportfreundlich. Ja, stimmt. Genau, sowas. Ha. Verdammt. Verdammt. Eigentlich bin ich der Experte. Ja. Experte. Ja. Da gab's sogar Amplakt schon. Äh, Achtung. Da fehlt noch was. Ja, ich bin nur dabei. Was denn? Bau mal schneller. Bau mal schneller. Ja. Was los? Nix. War nur Spaß. Macht jemand Druck oder was? Nö. Da. Jetzt mach. Geht doch. Ach, du hast ja kleine Dinge da. Dafür so einen Aufwand. Na, wo sind sie denn da? Da kommt jetzt schon Verkleidung vor? Ja, klar. Jetzt schon? Ja, klar. Was meinst du denn? Lego ohne Verkleidung. Ja, ist ja bald Karneval. Ja, das soll was geben dieses Jahr. Ja, voll schlimm. Manche sagen sogar ihre Umzüge ab. Baum und Stimmung. Ah, die habt's. Ich hab den schon. Ja, den hab ich gesucht. Ich aber nicht. Du suchst den ein, ja, ja. Mit Dimpel. In der katholischen Schule in Köln. Das ist so ein Mädcheninternat. Die machen über die Feiertage sogar zu. Weil sie es für zu gefährlich halten. Da ist er. Weil sie in der Nähe vom Bahnhof sind. Das ist doch krank. So bescheid. Ja, das ist so genau das, was die Leute wollen. Weißt du? Ja, die wollen's nur so. Das ist genau das, was Terror ausmacht. Also lasst euch nicht unterkriegen. Wenn's knallt, dann knallt. Dann könnt ihr ihn erinnern. Genau. Könnt ihr euch noch so gut vorbereiten. So sieht's aus. Ja, und dann knallt euer Haus weg. Auch schon. Ja. Was hat's ja da gewonnen? Gar nix. Gar nix. Das macht zwar jetzt alles ... Also ich lass mich davon auch nicht einschränken. Ach, krass. Da könnten sie auch Festivals absagen und so weiß ich nicht alles. Wenn sie so Angst haben ... Ja, ich weiß nicht mehr, was sie sind. Vor allem, wenn's heißt, ja dringend Tatverdacht und bla bla bla. Dann werden wieder irgendwie drei Namen in den Raum geschmissen. Man denkt sich, wo haben sie die jetzt ausgekramt. Mhm. Auf einmal tauchen immer mehr Leute auf, die ganz böse sind. Ich weiß nicht, ich nehm da so ... Ich nehm den so vielen ... Ich fühle ich nix mehr ab. Irgendwas passt da nicht. Irgendwas war nicht doof. Ja, ich seh das auch grad. Da ist so ne kleine Ecke drin, ne? Nicht so ne große. Genau. Wir sollten nicht politisch werden. Das ist doof. Lass uns mal mal was anders werden. Das war jetzt ... War das politisch? Naja. Doch schon. Ja. Das ist schon politisch. So, auf anderen Seite auch so, ne? Tja, wo ist er denn, der kleine ... Die kleine Ecke, wo bist er denn? Ja, wo bist er denn? Ich such was anderes. Was suchst du denn? Den hier? Ja, genau. Hier. Genau den hab ich gesucht. Ich weiß noch nicht genau, was ich dabei lassen soll. Ja, in der Mitte davon. Der sitzt doch nicht in der Mitte. Ja, hier vorne. Der sitzt dann da rein oder was? Kommt da rein, ja genau. Das sieht aber nicht danach aus. Ist aber so. Tja, wenn nicht du, darfst den wieder rauskommen. Ja, genau. Mhm. Mit dem? Pomi-Vektor! Ding, 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 ding. Jetzt machen wir hier noch einen Lego-Quiz nebenbei. Genau. Wie viele Steine hat dies und jenes Set? Und warum? Ah, lustig. Wie viele Fehler machen wir pro Seite? Oh Gott, unzählig. Ganz selber. Ähm. Ja, wir müssen dann den Durchschnitt mal ermitteln. Kommt die Antwort drei. Piep! Die Antwort ist minus bi. Ja, genau. Wir müssen ja selbst erst mal nach dem antworten. Ja, genau. Wir müssen ja selbst erstmal nach dem antworten. Ja, schon Stunden vorher. Ja, genau. Als ich zu Hause losgefahren bin, habe ich den schon rausgesucht. Genau. Ich wusste ganz genau wann und wie und warum. Ist das nur ein kleiner, runder oder was? Nee. Das ist einfach nur ein schwarzer. Ein schwarzer Einer. Setzt du den einmal rein, wenn du den schon hast? Okay. So. Ja. Dann kommt da noch ein weißer hin. Weißer. Genau. Dann kommt da noch ein weißer hin. Und noch einen schwarzen. Ja, die Ecke, die siehst du ja nicht so. Das mache ich dann mal eben fertig und noch ein weißer. Ja, noch ein weißer davor, ja. Was immer das gibt. Die Score. Wie gesagt, das ist die Dusche. Ach du mit deinem Bad. Ja, ich bin mein Badezimmer. Ja, ich mach jetzt ein Badezimmer. Jetzt machen wir erstmal wieder Fassade. So wie sich das gehört. Ich bin mein Badezimmer. Ja, ich bin mein Badezimmer. Ich geh nicht ohne Duschen ins Bett. Genau. Nein, Mami. Nicht heute. Ich will mit Peter duschen gehen. Ach, Daniel. So. Was denn? Wenn du nicht in der Fette kommst. Du bist so schnell. Du bist so langsam. Ja, oder das? Ja, oder das? Dann beschweren sie sich woanders. Für dieelige Beschwerden bitte rufen sie. Wie kurz noch was an. Ja, gerade lieb. Wir sind immer bereit, ihren Wort und Glauben zu schenken. Ja, genau. Ach so, das kommt dann direkt dran auf dessen schwarzen. Sag ja, das wäre das Klo. Das ist doch kein Klo. Das ist ein Waschbecken, was ich hier gerade mache. Ja. Ja. Wobei sich das gerade ziemlich stört. Aber warum ist das pink? Weiß auch keiner. Warum nicht? Warum nicht? Das ist die Frage. Da muss schon wieder so ein Hahn dran. So ein Hahn dran. Oh, ich seh schon mal so viel stört, aber schon die Kloschüssel. Da ist auch überall Schleim. Na ja, im Klo, klar. Hast du mal Dennis Badewanne gesehen? Ähm, scheiße. Warum? Wie lange weißt du? Guck dir das nochmal. Ach so, das wird dann weiter gebaut. Was denn? Schon gut. Sprich. Nee, das ist gut. Du weißt, weil die Fliesen nicht fertig sind. Ja, das kommt jetzt erst. Kommt jetzt. Ja, jetzt kommen die Fliesen wieder. Ich hatte schon Angst. Wovor? Da hast du wieder was nochmal drücken müssen. Ach, Quatsch. Nicht so ängstlich. Doch, ich bin ganz ängstlich. Schön finde ich, dass du einen auch die Möglichkeit lassen, Figuren hier reinzustellen. Wenn du halt zwischendurch diese normalen Steinchen hast, nicht die so flachen. Ja, richtig. Dann kannst du die hier richtig reinstellen. Das ist schön. Ja, genau. Ja, genau. Fliesen unterm... So. Dann wollen wir noch einen schwarzen. Dann brauche ich noch einen schwarzen. Dann brauche ich noch zwei schwarzen. Ja, noch so einen weißen da. Ja. Nein, da muss er sein. Und der muss... Da geht jetzt noch einer, ne? Jawohl. So muss das. Ja, ganz ruhig. Da kommt das Grüne. Und dann kommt noch so ein durchsichtiges... etwas... Rein durchsichtig, sowas hier? Ja, kann sein. Oder... Die hier, der hier. Ne, der ist nicht gelb. Oder wie viel? Der ist... Zweimal... Zweimal gelb, einmal weiß. Hm. Machen wir ihn gelb. Können wir mal gucken, wo es kommt. Das sieht man nicht. Warte mal, stopp mal. Was ist das? Ja, dieses... Das kommt hier rein. Was ist das? Ach so, Abfluss. 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 Ach du liebe Güte. Ah, okay. Das macht den Abfluss. Jetzt darfst du deine Toilette bauen. Da ist sie. Da ist sie. Endlich. Yeah. Die Schüssel kommt. Wurde aus. Zeit. Yeah. Schüsseldüssel. Ja, ist das nicht dunkel? Kein Headquarter ohne Klo. Hä? Das ist ein sehr dreckiges Bad. Kann das sein? Wieso? Ja, wenn das gäbe alles Urin ist. Ja, richtig. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja auch nicht. Sehr unhygienisch. Da läuft hier auch so Huntern. Wir haben keinen Drahtzusauberkeit. Wo ist das da? Hm. Ich kann da hinten ja schon mal weitermachen. Ja, wenn ich das Fluss fabriziere. Ja, du bist Klempner heute. Wir sind Klempner, nicht Papst. Wir sind Weltmeister. Ja. Ja. Vor allem im Tennis. Ja. Seit gestern. Richtig. Hätte auch keiner mitgerechnet. Also ich hab mich damit ja nie so richtig befasst. Ich schon. Ich schon. Also das kommt jetzt hier drauf? Ja, ja, das ist genau. Deswegen fehlte mir hier auch was. Ne, das ist verkehrt. Ne, das ist verkehrt. Doch, das ist richtig. Ne, das ist verkehrt. Aber es ist trotzdem richtig. Die Kloschüsse fehlt. Also hier, das jetzt. Die Kloschüsse fehlt. Chefmeister. Ich hab die Schüsse vergessen. Doch, das ist doch richtig. Da kommt er drauf. Was ist das denn? Flacher, runder, brauner Dreck. Hab ich in der Hand. Ne, der Deckel. Ein Hohelchen. Der Klo-Deckel. Der Hohelchen. Der Klo-Deckel ist das. Das Klo-Höelchen. Aber das Slime hat gewütet. Kann natürlich auch sein. Kann ich das mal nehmen? Nein. Und wie tut das fest? Ja, wie wird das festgemacht? Ich weiß nicht. Gar nicht. Auf den Dingern geht das ja nicht. Ist einfach nur so ein Pin da dran, ne? Ja, den hab ich ja. Aber da fehlt was hier. Da ist so ein... Kann es sein, dass du den falschen Stein da reingesetzt hast? Da! Der muss da rein. Dann kannst du den Pin da rein sehen. Okay. Ja. Versuch mal was damit. Der muss ja nur der ausgetauscht werden. Mhm. Und der Rest der Mauer wird kaputt gemacht. Einfach mal so. Was soll ich denn machen? Ja, aber wenn ich das sage. Ja. Ja, so sieht das schon anders aus. Common Chief. Ja. Common Chief. Und der war es kaputt. Eine Sekunde. Muss man ja auch mal eben richtig... wenn schon, wenn schon. Ähm, ja. Das kann ich schon mal vorbereiten. Moment. Die Nachfolgendwände. Ah, jetzt verstehe ich das. So. Das ist eigentlich doch ein Sinn jetzt. Hm. Sieht doch schön aus. Du klappst das Klo eh nie zu. Warum willst du das wissen? Sag ich jetzt so. Wissen tu ich es nicht. Und dann kommt hier noch so ein Einer drauf. Genau. Richtig. Ah, hier habe ich auch einen Fehler gemacht. Oh mein Gott. Einmal. So, einmal. Dann kommt der Weiße nämlich noch drunter. Ja, dann kommt noch so ein... Hm, den habe ich übersehen. Ich nicht. Ja, du hast es ja auch nicht gebaut. Hättest du es gebaut, hättest du es vielleicht auch ein bisschen geben. Aber es ist nicht. So. Ja, das sieht doch schon aus. Sieht doch schon aus. Sieht symmetrisch und doll. Dolle. Dolle. Ne, es ist Doilette. Ja, Leute. Doilette. Ein tolles Klo. Ein Tollhaus quasi. Ja, ein Tollhaus ist es wirklich. So, jetzt kommt das zweimal da hin. Genau. Den schon mal. Dann kommt schon wieder die... Die Wand in der Mitte wird dann mal vernachlässigt. Wie vernachlässigt? Ja, hier so das. Ja, das ist ja im Moment nicht... Ne, das will er nicht. Den kriegt das auch nicht. Im Moment wird nur die Mauer hochgezogen. Ja. Ja. Akkord. Dann kannst du draußen schon mal, drinnen schon mal durchziehen. Der Vierer, der Zweier. Zweifi. Ne, blödsinn, ne? Da kommt ein Sechser rein, ne? Auf welcher Etage sind wir denn jetzt? Ja, gute Frage. Wir brauchen das mal weiter. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Da sind wir. Ja. Ja, dann kommen wir mal ein Flacher. Sechs ein. Ich werd bekloppt. Und ein Flacher einer. Ja. Ja. Ich hoffe, ich bin auch richtig mit der Etage jetzt. Aber ich würd sagen, das ist der dritte. Ja, das ist richtig. Sieht gut aus auf jeden Fall. Wir hätten jetzt gebaut bis zum Mond. Ja, weil wir es so gewohnt sind, ja. Wir sind dem Mond schon gewohnt. Du brauchst mal hier das Fenster. Ne, das ist genau nicht mein Fenster. Das ist das Toilettenpapier. So mein ich das auch gar nicht. Wie meinst du das denn? Ja, was da drin ist, das brauchst du. Hä? Das ist kein Fenster. Sondern? Klopapier, sag ich doch. Scheißhauspapier, Toilettenrollen. Ja, ist okay. Wie willst du das nennen? Ist okay. Das ist kein Fenster. So wie bin ich sicher. Ist mir schon bewusst. Ja, also. So, jetzt benutze ich auch deinen anderen selber einen Sticker hier. Sticker. Sticker. Das ist cool. Das ist der Spiegel. Hey, Sticker. Spiegel. Stickboy. Cool. Guck mal. Das Spiegel. 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 Spiegel an der Wand. Wer ist der größte Buster im Land? Ähm. Den bräuch ich noch. So, der kommt jetzt natürlich dahinter. Und äh. Den bräuch ich noch. So, Klopapier. Siehst du. Und sonst kommt das direkt hinter der Toilette. Ja, ist ja okay. Könnte eigentlich so der Spülkasten sein. Aber irgendwie ist das so niedrig. Da fehlt doch noch eine Etage. Bei denen hier, ne? Genau. Wobei, das kann nicht sein. Ja, muss ja. Achso, die zwei ja gucken. Gut, dann machen wir so. Deswegen. Ja, dann fang doch schon mal an. Ich muss hier noch was korrigieren. Ja, also die können ja stehen bleiben. Die Flachen müssen runter. Nein, die müssen alle runter. Nein, nur die Flachen. Achso. Au. Ach, Thorsten. Was? Ich will gar nicht weg. Boah. So. Ich will gar nicht weg. Hahaha. Das war richtig kröp. Meinungslegosatz. Oh mein Gott. Hahaha. Das war richtig kröp. Was zum Teufel ist da passiert? Man weiß es nicht. Ich habe hier den Spiegel kaputt gemacht. Das bringt sie nicht mehr rum. Oh oh. Kommt nicht drauf an. Kommt der denn hin außen oder innen? Innen. Ah ja, und dann kommt da so ein Einer noch rein. Genau. Äh, sie konnte was passieren. Ahem. Ahem. Jetzt haben wir jetzt aber. Den Einer, genau. Dann kommen da diese Dinger wieder dran. Da fehlt dir übrigens auch einer wenigstens. Hm? 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 Redest du in mir? Hm? Ich habe am nächsten Mal geessen. Oh. Oh. Der kann mich nicht meinen. So. Haha. Der kann mich nicht meinen. Du kannst mich nicht meinen. So. Jetzt kommen die. Genau. Alles gut. Jetzt ist es richtig. Jetzt ist es richtig. Okay. Geh doch. Geh, 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 geh doch. Geh doch, geh doch, geh doch. Also, weil nicht falsch, dass wir so viel bauen wollen. Das ist alles okay. So. So. Jetzt sind wir wieder zum Stand der Dinge, ja? Ja. Ja. Das haben wir ja. Warte, stopp. Die andere Seite fehlen noch. Ach. Achso, da, ja. Oh Gott, nein. Fenster. Türen. Gebäude. Haus. Haus? Achso. Okay. Jetzt. Maschinchen? Mhm. Willst du nicht? Das sagst du auch mal. Ich hab vorhin den ganzen kleinen Kram gemacht. Ja, ja. Ja, nix gut. Mach. Ich bin jetzt auch dabei. Hau rein. Bist noch nicht fertig? Das wird so warm und zu kaltem Wasser. Genau. Und es fließt nachher nicht. Und da ist rosa. Gelb rosa! Ein bisschen Deckel. Der ist durchsichtig, ja. Der lässt sowas von durchsehen. Da muss man immer hingucken, ob die riesig sind oder eine Farbe haben. Ja, die Erfahrung haben wir in der letzten Folge gemacht. Mhm. Wo was weiß ist auf einmal nicht mehr, weil es war. Ja, richtig. Mit Lämpchen. Lämpchen. Ey. Ich wollte nur was gucken. Ah, alles klar. Alles klar. So sieht's besser aus. So und der kommt jetzt... In die Dusche. Ja. In die Dusche. Ja. So ist richtig. Oh je. Was machst du denn? Korrigieren. Richtig machen. Schön bauen. Geh weg. Ich will das nicht. Ja. So siehst du, du musst nur Druck aufbauen, dann funktioniert das auch. Profi-Werkzeug. Weißt du? Ja. Ein gutes Profi-Werkzeug. Oh. Ich reiß noch mal was ein. Ich mach mal einen Werbeclip. Ich mach mal eine. So den brauche ich noch. Perfekt. Okay. Oh cool. Mit bei Hause. Hm. Fast bei Hause. Okay. Kommt hier sowas. Kommt hier sowas. Und hier sowas. Vier mal. Schon wieder? Eieieiei. Ja. Schon wieder. Ja. Kommt hier direkt ein 2er hin. Und rote 2er. Flach. Was denn? Find ich schon. Vielleicht. Hm? Oder nicht. Nein, das ist ein normaler. Das ist ein normaler. Stimmt, ein normaler. Deswegen hab ich den nicht verfallen. Kann ich auch lange suchen. Yes. Oh, das geht nur um Tüchter. Genau. Eher unwahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich. Bei so wenig Teil nur noch hin. Ja. Das spricht ja näher dafür. Eher unwahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich. Ein bisschen Stabilität. Ja. Ja kommt. Kommt. das ist ein kompletter das fenster hast du schon das schmale fenster hast du ich ziehe wenn du so ein fenster jetzt noch mal eben nebenbei ich glase noch wenn der putz trocknet ja der trocknet hier bloß nicht der ist ja schon trocken hart hart rock halleluja genau sehr schön ja ich baue das ja dann wollte ich wollte gerade sagen du kannst mal da hinten ja ok gib mal schön nach ihm außerdem hatten wir die länder auch schon das hat drei hatten wir ja das stimmt habe ich gut aufgepasst sehr gut sehr gut kriegst du Brot kriegst du eine Belohnung ja ja fertig fertig au au genau tu dich nie tu ich aber gerne echt stehst du auf Schmerzen ja klar ja ach schau mir ja die nein ach so machst du die Innenseite ok nicht nein aber ist ja gut erst gucken dann meckern boah jetzt machen wir Speed hier wie Speed Speed der 2er ja der liegt bei dir stimmt dann setz ihn auch rein ist drin so jetzt kommen erst mal wieder die Flachen ja sehe ich auch so langsam haben wir es raus ne ja langsam wissen wir wie der Hase hier läuft der rennt mein Freund der rennt ne ne so jetzt kommen noch die Bleiben flotting da machst du noch mit oder wie ist das schon träumst du schon oder lebst du noch ja ja echt und so ist das ein dunkler ne geben wir mal den hier ja der ist was boah und so wie zeigt es über bam Badezimmer zack ja das ist das erste Mal mitspielen achso das ist ja das ist diese Special Edition deswegen ja darfst du auch drauf setzen laut Anleitung ist das erlaubt ja ich mach ein Foto davon und setz das danach drauf ja alles klar dann machen wir mal einen Überblick hier sieht doch cool aus ja ich sag ja nichts alles klar das war Tüte Nummer ich weiß es nicht mehr 6 8 7 8 hier ist was mit 8 wir wissen es nicht mehr wir wissen was so perfekt doch 8 kommt hin also bis zur nächsten Folge würde ich sagen bis dahin Tüte 8 war's tschau tschüss